Trouble, Trouble, Trouble Trouble, Trouble, Trouble Oh, wow! Trouble, Trouble, Trouble Trouble, Trouble, Trouble Alice, Foxy! Willkommen auf der einsamen Insel! Ich nehme euch mit auf eine aufregende Tour. Auf der rechten Seite gibt es Wasser. Auf der linken Seite gibt es noch mehr Wasser. Und jetzt folgt mir! Hi, Poseidon! Foxy, beeil dich! Oh, oh! Wo ist unser Anführer? Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir ganz allein auf der Insel. Ich muss wieder runterkommen. Und Foxy, du musst dich auch beruhigen. Wir müssen hier irgendwie überleben. Hier? Nee. Oh, hier drüben. Das ist ein perfekter Platz für unsere Hütte. Komm, wir bauen ein Haus. Was sagst du? Das sieht aus wie auf dem Bild, oder? Ups, ich habe wohl die falsche Anleitung. Hey, Alice, Kopf hoch. Oh, mein Puppet steckt fest. Hey, Alice, sieh mal. Ich habe ein gemütliches Puppet-Haus gemacht. Lass uns darin wohnen. Komm rein. Mach aber vorher deine Schuhe sauber. Ist das nicht gemütlich? Foxy, sieh mal, was ich habe. Ein Burger. Los, wir essen ihn. Nein, nein, nein. Wir vergraben ihn lieber. Es wird ein Burgerbaum wachsen. Das klappt bestimmt. Jetzt müssen wir nur noch warten. Was ist das für ein Geräusch? Hey, Foxy. Was ist mit dem Baum? Ich konnte nicht länger warten. Da ist jemand im Gebüsch. Oh, nach neun geht's da lang. Los geht's. Ich rieche Raubtiere. Da ist mein kleiner Tiger. Ich habe sie gefunden. Willst du ein neues Spiel spielen? Bist du bereit? Es ist ein simpel-dimpel-Schießspiel. Hier ist das Ziel. Und hier ist ein Speer. Du musst das Ziel treffen. Dann bekommst du einen Preis. Okay. Zuerst schaffen wir den Speer. Jetzt haben wir viele Pfeile. Wow. Und wir haben eine Gewinnerin. Alice. Ja. Und hier ist dein Preis. Ein zerrissener Simpel-Dimpel. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Das ist so unbequem. Und irgendwas piekst. Oh, es ist ein Zweig. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Was? Ein Stein? Stör mich nicht beim Schlafen. Was nervt denn jetzt schon wieder? Ein Pop-Tube? Ich weiß. Eine Pop-Tube-Hängematte. Wie gemütlich. Lass uns Schach spielen. Klar. Ich nehme eine Pop-It-Figur. Oh. Ich kenne ein neues Spiel. Pop-Typ Limbo. Das macht viel mehr Spaß als Schach. Lust zu spielen? Autsch. Oh, Alice. Ups. Ich helfe dir. Kein Limbo mehr. Oh, sieh mal. Ich habe einen Federball. Wir spielen Pop-It-Federball. Aufschlag. Das sind die besten Federball-Schläge aller Zeiten. Mir reicht. Alice. Warte. Willst du mit meinem Pop-It spielen? Oder mit meinem Pop-Tube? Nein. Nimm dieses blöde Ding weg. Wie haben wir das denn angestellt? Alice, sieh mal. Ich habe Brennfalz gefunden. Was war das? Tiger? Bären? Ein Dachs? Das ist nur mein Magen. Okay. Ich suche für uns Essen. Ich werde auch Essen suchen. Oh, ein Vogelnest. Gibt es hier Eier? Nein. Es ist leer. Aber ich habe ein Pop-It. Das ist der perfekte Eierhalter. Das wird der Vogel auch denken. Ich muss nur noch warten. Mal sehen. Ja. Die Pop-It-Methode hat funktioniert. Frische Eier. Hallo, Omelette. Alice, sieh mal, was ich habe. Das Wichtigste bei der Jagd ist eine scharfe Waffe. Auf geht's. Baum, du wirst mich nicht aufhalten. Ja. Ja. Wahnsinn. Frisches Obst und Gemüse. Kämpfst du schon wieder mit einem Baum? Ich habe eine luxuriöse VIP-Dusche erfunden. Benutzt dieses Pop-Tube. What? Hm. Und dusch einfach. Das war's. Ich bin sauber. Oh. Foxy hat das ganze Wasser verbraucht. Oh, hier ist es. Mein Heiztuch. Was ist das? Eine wichtige Nachricht. Hi. Abonniert unseren Kanal. Und klickt auf die Glocke. Sieh mal. Da ist deine Flasche. Ich habe eine Idee. Wir werden einen Brief in dieser Flasche verschicken, um Pizza zu bestellen. Okay, Poseidon. Wir hätten gerne eine doppelte Käse-Peperoni-Pizza, bitte. Oh, da kommt unsere Bestellung. Pizza. Das ging aber schnell. Warte. Die ist ja aus Pappe. Los, wir teilen. Guten Appetit. Wir machen ein Feuer und wärmen uns auf. Okay, fertig. Wir brauchen nur noch Feuer. Ich brauche deine Brille. Oh. Lass uns mithilfe der Wissenschaft ein Feuer machen. Ich kann nichts sehen. Es reicht. Oh, wow. Das ist genau das, was wir brauchen. Mein Puppet. Was? Foxy. Wir brauchen Streichhölzer. Jetzt wird uns gleich warm. Zwei, drei. Foxy, du bist dran. Eins, zwei, einhundert. Bereit oder nicht? Ich komme. Wo ist sie? Wo würde ich mich verstecken, wenn ich Alice wäre? Oh. Wo kann sie nur sein? Hm. Oh. Ich habe jemanden gefunden. Hat dich. Du bist nicht Alice. Oh. Das ist unser Anführer. Er ist schon wieder weg. Hm. Alice. Alice. Sieh mal, was ich habe. Eine Puppet-Tasche. Rate mal, was drin ist. Sag schon. Rätsel, Spaß und... noch ein Puppet. Puppet. Wirklich? Was ist das? Oh. Mein Puppet-Bumerang. Er ist wieder da. Ich weiß. Wir sehen uns Tum-Tum-Überlebens-Lifehacks an. Oh. Mein Akku ist leer. Was? Du hattest dein Smartphone und hast nichts gesagt? Komm mal wieder runter. Ich weiß, wie wir nach Hause kommen. Wir müssen nur eine Mitfahrgelegenheit finden. Hey, Delfine. Nehmt ihr uns mit? Keiner schwimmt in unsere Richtung. SOS. Ich hoffe, man kann diese bunten Puppets vom Weltraum aussehen. Oh, Foxy. Das ist unser Anführer. Los, komm. Wo ist der? Ist der einfach in Wasser verschwunden? Mädels. Das ist alles, was ich euch über diese Insel erzählen wollte. Wir haben unseren Anführer gefunden. Oh, Mamon. Er ist viel zu nass. Lasst uns stattdessen einfach zusammen tanzen. Wie fandet ihr unsere Abenteuer? Schreibt uns, ob ihr auch gerne auf eine einsame Insel gehen würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.